Musik Können wir uns jemals sicher sein, wer wir wirklich sind? Wir sind nichts Unabänderliches. Festes. Wir kommen mit einem anderen Menschen in Berührung und dieser Mensch schlägt in uns einen ganz bestimmten Ton an. Nur wer das Nichts in sich entdeckt und die Werte aus sich selbst schöpft, ist wirklich frei und ein Spieler. Aleph, 18 Jahre, Hobbys, Nachdenken, Atheismus, leichte Drogen, denn mir steckt so etwas wie die Sehnsucht nach einem Seelenverwandten. Du bist verliebt. Ich glaube nicht an die Liebe. Das Leben ist ein Spiel. Spielst du mit mir oder gegen mich? Wirkliche Liebespaare sollten miteinander spielen. Und was ist das für ein Spiel? Bin ich dein Gegner? Für ein Spiel braucht man einen Gegner. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wandere auf einem schmalen Grat und links und rechts geht's tausend Meter in die Tiefe. Wir werden Gestalter dieser Welt. Und dein Mensch ist eine Spielfigur. Was wollt ihr von mir? Spiel mit uns. Halten Sie sich an die Regeln, sonst fliegen Sie. Mal sehen, wer er fliegt. Warum machen wir das? Findet euer Herz und vergesst eure Köpfe. Lasst die Spiele beginnen! Mit dem? Better. Bl 창dhäck, verlieren Sie. Weltsvall? 2